Ja, hallo zusammen, ich bin's Jess. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video. Heute, wie auf Facebook bereits angekündigt, ein Video zu dem kostenlosen Grafikbearbeitungsprogramm Canva. Oder Canva, wie auch immer ihr es aussprechen möchtet. Ich bin ja jetzt gerade auf der Startseite und da könnt ihr euch entsprechend kostenlos anmelden. Aber zuvor, was kann Canva überhaupt? Mit Canva können wir ziemlich viele Dinge machen. Wir können jetzt so in dem Sinne keine Logos oder so gestalten, aber wir können zum Beispiel für unsere Social Media Postings die Bilder kreativ gestalten. Wir bekommen auch Vorlagen oder Präsentationen erstellen, Header oder Banner gestalten, was auch immer wir möchten. Und dafür bietet Canva entsprechend das Tool. Zum einen den Editor, zum anderen die Vorlagen und dann eben auch noch verschiedene Elemente wie Icons, wie Rahmen, Fotos etc. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, okay, das alles kostenlos ist ja meistens nicht unbedingt für immer so. In dem Fall schon. Das heißt Canva, da könnt ihr euch kostenlos anmelden. Es bleibt auch immer kostenlos, zumindest der Stand jetzt. Also es ist jetzt keine Testphase oder so. Und was aber etwas kostet, ist, wenn ihr verschiedene Fotos beispielsweise. Es gibt so eine Fotolibrary, da kann man Bilder für den Hintergrund oder ähnliches sich aussuchen, wie bei Fotolia beispielsweise. Das zeige ich euch gleich aber noch. Und die kosten dann teilweise was. Es gibt auch diverse Vorlagen, die etwas kosten. Aber so für die normale Nutzung muss man nicht unbedingt was bezahlen. Ich zeige euch gleich auch noch einen kleinen Trick, wie ihr auch schöne Fotos kostenlos bekommen könnt. Also wer sich das alles ein bisschen genauer anschauen kann, der kann hier unten auf Features klicken und sich die einzelnen Punkte mal noch genauer durchlesen. Ansonsten kann man sich ja relativ schnell mit Facebook oder Google anmelden oder auch per E-Mail-Adresse und Passwort. Das ist ganz normal. Was Canva noch cooles hat, ist eine Design School. Da kann man sich so ein bisschen seine Design Skills auffrischen oder erarbeiten. Allerdings ist das Ganze auf Englisch. Da gibt es dann immer Blogartikel oder auch Videos, wie man coole Designs erstellen kann. Außerdem gibt es eine iPad-App. Das finde ich auch sehr, sehr cool, weil damit kann man wirklich auf dem iPad ziemlich schnell vernünftige Grafiken erstellen und diese dann entsprechend teilen oder präsentieren etc. Okay, das so allgemein zu können. Man sieht hier jetzt, wie gesagt, nicht viel. Aber wenn ich hier so mit der Maus herfahre, dann wird das so ein bisschen schärfer. Ganz netter Effekt. Wenn euch das interessiert, könnt ihr euch hier kostenlos registrieren und anmelden. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ins Tool hinein. Das sieht dann so aus, wenn man eingeloggt ist. Und dann hat man im oberen Bereich hier seinen Account. Da kann man dann die entsprechenden Dinge machen. Es gibt übrigens auch noch einen sogenannten Canva for Work Account, beziehungsweise das kann man bestellen, Canva for Work. Da hat man dann noch so ein paar Features, wie ein paar mehr Templates. Man hat einen Magical Resizer, so nennt sich das. Da kann man dann aus einem Facebook-Post einen Instagram-Post machen. Also das wird dann automatisch so von den Bildmaßen her zusammengerückt. Ja, muss man wissen, ob man das unbedingt braucht. Ich habe es ausprobiert. Ist jetzt nicht so der Nutzen für mich. Mir reicht das Kostenlose, was ich hier habe. Und ja, das nur kurz angesprochen. Wie gesagt, oben links haben wir unser Profil. Das können wir dann auch noch erweitern, beziehungsweise unsere Einstellungen bearbeiten, etc. Wir haben unsere Designs hier im Überblick. Und wir haben hier oben die Möglichkeit, eben ein Design zu erstellen. Da haben wir schon so ein paar Beispiele. So ein Social-Media-Post. Der ist dann, ja, der passt eigentlich in jedes Netzwerk. Wir können Präsentationen erstellen, Poster, Facebook-Cover, Facebook-Post, Instagram-Post. Wir können aber noch viel, viel mehr erstellen. Also es gibt noch viel, viel mehr Vorlagen, indem wir hier auf More klicken. Und dann bekommen wir erst die gesamte Palette. Da sind dann noch Sachen bei, wie ein Facebook-App-Cover, Tumblr-Grafik, verschiedene Dokumente, ein Brief, eine 16 zu 9 Präsentation, ein A4-Blatt, wie man das braucht, nochmal ein Brief, Magazine-Style. Dann haben wir für den Blog Desktop-Wallpaper. Wir können ein Kindle-Cover erstellen. Wir können das Blog-Titelbild hier erstellen, eine Blog-Grafik, auch Infografiken können wir erstellen. Vieles, vieles. Und natürlich auch ein E-Book. Das finde ich auch ganz spannend. Wir können verschiedenes Marketing-Material erstellen, wie beispielsweise Flyer, Business-Cards, Zertifikate. Natürlich alles Mögliche aus dem Social-Media-Bereich. Twitter-Header, Google-Plus-Foto, Etsy-Banner, E-Mail-Header, ja, ihr seht es schon, YouTube-Thumbnail, Events, Einladungen, Karten, Fotokollagen und auch für die Ads. Das ist relativ neu auch. Da können wir dann so Banner erstellen oder hier direkt die richtige Größe für die Facebook-Werbung. Ja, da könnt ihr euch mal durchklicken. Und wenn ihr hier eins auswählt, dann bekommt ihr auch entsprechende Templates direkt. Auch viele kostenlos. Wer jetzt sagt, die Größen, die passen jetzt irgendwie nicht so von den Pixeln für das, was ich brauche, der klickt auf Custom Dimensions und kann dann eben die Breite und die Höhe in Pixel, Millimetern oder in Inch angeben und bekommt dann das Design bzw. diese Größe zum Bearbeiten. Gut, ich würde sagen, wir nehmen hier jetzt einfach mal den Twitter-Post. Ich klicke da drauf. Dann öffnet sich ein neues Fenster und der Canva-Editor öffnet sich. Und ja, dann sehen wir hier links schon ein paar Vorlagen. Da komme ich aber gleich zu. Erstmal so allgemein dieser Canva-Editor. Hier oben kommen wir natürlich immer wieder zurück zu unserem Dashboard. Über File können wir uns hier ein paar Optionen aussuchen bzw. das Ganze nochmal manuell speichern. Es speichert aber auch automatisch. Wir können das Ganze kopieren. Und das war es dann auch schon. Dann können wir dem Ganzen hier einen Namen geben, das teilen, herunterladen und veröffentlichen bzw. öffentlich hier bei Canva machen. Links haben wir dann sozusagen die Menüleiste für den Editor. Wir können etwas suchen. Da haben wir zum Beispiel, hier gibt es jetzt gerade neu so einen Halloween-Tab. Wir haben verschiedene Grids. Da kann man überall draufklicken und dann bekommt man das hier angezeigt. Wir haben Frames, also Rahmen, wo wir dann etwas reinpacken können. Und da sehen wir schon immer, wo Free steht. Das ist dementsprechend kostenlos. Aber es gibt auch kostenpflichtige, wobei das hier jetzt bei den Rahmen, die sind glaube ich alle kostenlos. Genau. Weiter haben wir Shapes, das heißt so Vierecke, Dreiecke, Kreise, alles was man so benötigen kann. Wir haben verschiedene Linien. Auch nicht schlecht. Also die sind auch, das sieht man schon, die sind größtenteils alle kostenlos. Da kann man einfach draufklicken und die erscheint dann. Aber hier komme ich gleich zu. Was haben wir noch? Illustrationen. Da gibt es auch viele kostenlose, aber natürlich auch viele kostenpflichtige. Man muss ja irgendwie verdienen. Hier, dieses Männchen finde ich ganz cool. So ein Pixelmännchen. Da kann man dann alles durchsuchen. Wenn jetzt jemand was Bestimmtes sucht, der gibt das hier oben einfach in die Suche ein. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ein Dreieck suche oder ein Schwert brauche oder so, dann gebe ich das da oben ein. Am besten auf Englisch. Dann findet er das auch. Wir haben Icons. Natürlich auch ganz viele wieder kostenlos. Kann man alles gut gebrauchen. Und wir haben Fotos. Und da ist es jetzt so, da sieht man schon, hier sind schon viele, viele kostenlos. Ja, viele, viele tolle auch kostenlos. Aber es gibt natürlich auch kostenpflichtige. Ich gucke mal gerade, ob ich eins finde. Hier. Beispielsweise, wenn ich mit der Maus hier drüber fahre, wo kein Free steht, dann steht da ein Dollar. Und dazu jetzt einmal kurz die Info. Da klicke ich auch nochmal kurz hier drauf. Hier sehen wir nochmal die Info zu dem Foto. Also, wenn ihr dieses Foto jetzt für einen Dollar kauft, das hört sich erstmal günstig an. Ich meine, so ein Foto für einen Dollar, das kriegt man selten. Ihr könnt das aber nur einmal verwenden. Das heißt, ich kann jetzt mit dem Foto hier mein Design fertig machen. Ja, dann haben wir noch dieses Canva hier. Und wenn ich mein Design fertig habe und das dann herunterladen möchte, wenn ich sage Download, dann muss ich das bezahlen. Ja, dann muss ich das bezahlen und kann das dann nutzen. Also zum Herunterladen. Und das Ganze bleibt dann 24 Stunden in meinem Design drin. Also das ist so dieses Prinzip von Canva. Auf der einen Seite natürlich irgendwie doof, weil man für das Foto bezahlt hat. Auf der anderen Seite aber dafür, dass es so viel kostenlos hier gibt, finde ich das vollkommen in Ordnung. Und wie gesagt, am Ende des Videos zeige ich euch noch eine Plattform, wo ihr richtig coole Fotos komplett kostenlos bekommt. Gut, wir waren bei den Fotos. Wir haben noch Charts. Das ist sehr praktisch für jemanden, der Infografiken erstellen möchte. Da hatte mich letztens auch jemand gefragt, womit man denn Infografiken erstellen kann. Kann man hiermit eigentlich auch ganz gut, wenn man designtechnisch da so ein bisschen versiert ist. Hier haben wir noch ein I love Canva. Da kann man sein Bild, wenn man möchte, nochmal mit Canva branden. Also ziemlich viel. Das Halloween hatten wir uns noch nicht angeguckt. Ja, okay, das ist auch nicht schlecht. Hier so ein Spinnennetz. Lustig. Okay, dann haben wir die Layouts. Und die sind immer auf diese Vorlage, die wir ja vorher hier ausgewählt haben, angepasst. Wenn ich jetzt eine eigene Größe nehme, dann habe ich da keine Layouts, sondern nur, wenn ich mir hier oben eine entsprechende Vorlage auswähle. Dann habe ich hier links schon fertige Designs sozusagen, die ich anpassen kann. Und hier sehen wir schon ganz, ganz viele kostenlos. Aber es gibt hier natürlich auch kostenpflichtige. Da sehen wir das. Ja, das kostet dann auch einen Dollar, glaube ich. Ich gucke gerade mal, was das... Okay, der will gerade nicht... Da ja einen Dollar würde dieses gesamte Design kosten. Also das ist auch, ja, nicht unbedingt so teuer. Okay, nehmen wir das hier nochmal raus. Also da seht ihr jetzt auch schon, dass man hier wirklich alles bearbeiten kann. Ich gehe nochmal ganz zurück. So, wir sind wieder weiß. Also hier kann man entsprechende Designs sich dann aussuchen. Und ich finde, da sind ganz viele Tolle für jeden Zweck, für jeden Anlass mit dabei. Hier zum Beispiel das hier. Das ist kostenlos. Das heißt letzten Endes, dass dieses Bild hier kostenlos ist. Man kann sich ja auch inspirieren lassen und dann selber so ein Design hier mit erstellen. Da muss man nichts mehr bezahlen. Hier können wir den Text anpassen und so weiter. Okay, dann haben wir hier links Text. Ich nehme das hier nochmal raus. Wir haben verschiedene Textarten. Eine Überschrift, eine Subheadline und einen normalen Text. Und dann hier haben wir ganz, ganz viele richtig, richtig tolle Schriftbereiche. So nenne ich das jetzt mal. Ja, wir haben hier sowas hier. Ja, da kann man die Farben anpassen, den Text natürlich anpassen. Größer machen, kleiner machen. Was auch immer man machen möchte. Wir haben hier richtig, richtig spannende Textelemente, die wir reinbringen können und die so ein Design richtig aufpeppen können. Und da solltet ihr euch definitiv mal ein bisschen was anschauen. Gut, weiter geht's mit den Backgrounds. Da haben wir natürlich wieder einige kostenlos. Hier so ein gestreifter Background. Da können wir dann auch wieder die Farbe abändern oder hier in ein Farbspektrum reingehen. Wir haben aber natürlich auch gerade die Bilder, die dann wieder was kosten. Aber naja, wie gesagt, das Thema hatten wir ja schon. Natürlich können wir das Ganze auch einfarbig machen. So, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der das Ganze noch viel, viel besser macht. Vor allen Dingen in Bezug auf die Fotos, nämlich den Punkt Uploads. Und da können wir unsere eigenen Bilder hochladen. Dann klicke ich auf Uploads und dann kann ich mir das Bild, was ich gerade brauche, was ich mir dann eben zum Beispiel aus der Quelle, die ich am Ende des Videos nenne, heruntergeladen habe, hier hochladen und mir in den Hintergrund ziehen. Ich kann das hier beispielsweise nehmen und sobald ich das hier über den gesamten Bereich ziehe, geht es automatisch in den Hintergrund, meistens zumindest so. Jetzt hat er es im Hintergrund und ich kann dann eben hier entsprechendes machen. Zum Beispiel noch Text hinzufügen. Das sieht man hier natürlich jetzt nicht so, aber ja, da muss man dann mal gucken. Gut, das dazu. Also nochmal kurz zusammengefasst. Wir haben eine Suche und wir haben hier ganz viele Möglichkeiten, ja, oder Kategorien, wo wir Linien, Frames, Grids etc. uns aussuchen können. Wir haben Layouts zu dem Template, was wir uns zuvor ausgewählt haben. Die sind kostenlos und kostenpflichtig hier. Das ist natürlich, ja, gerade passend. Wir haben ja jetzt im nächsten Halloween. Wir haben verschiedene Textarten und verschiedene Backgrounds. Und wir können unsere Bilder hochladen, wenn wir das möchten. Okay, gehen wir mal einen Schritt weiter und gehen jetzt hier in diesen Editor selbst. Da haben wir einmal das Hintergrundbild in dem Fall. Ich nehme jetzt einfach mal die Vorlage und da kann ich folgendes machen. Ich kann die Farbe abändern, wenn ich das möchte. Ich kann auch hier ins Farbspektrum gehen und das hier so ein bisschen anpassen, wie ich das möchte. Ich kann es löschen, ist klar. Und dann habe ich hier noch diesen kleinen Pfeil. Ich kann das Bild, wenn ich möchte, verlinken. Aber das macht nur Sinn, wenn man das auf Canva selbst publiziert. Dann kann ich eine Transparenz einstellen von dem Bild. Und ich kann es horizontal und vertikal drehen. Und wenn ich mir jetzt ein Foto nehme, ich nehme das mal ganz kurz hier, weil da haben wir noch einen ziemlich coolen Effekt. Ich nehme mal hier diesen Hund. Da habe ich noch mehr Möglichkeiten, denn ich habe hier die Möglichkeit, einen Filter auf das Bild zu legen. Und das kennen wir von Instagram. Ja, ich habe hier ganz viele coole Filter. Ich mag den hier sehr, wo es so ein bisschen überbelichtet ist. Oder hier dieses Edge sieht auch nicht schlecht aus. Und da kann man hier auf diesen kleinen Pfeil klicken. Und dann bekommt man diese ganzen Filter angezeigt. Also das hier, das passt auch gut Selfie zu dem Foto. Da kann man auf jeden Fall sich mal durchklicken. Wir können über die Advanced Options auch noch manuell so ein bisschen was machen. Also die Intensität des Filters höher stellen. Wir können das Ganze auch unscharf machen, wenn wir wollen. Das eignet sich natürlich besonders für Hintergrundbilder. Ja, und wer sich hier so ein bisschen auskennt, der kann damit rumspielen und das Foto so anpassen, wie er es gerne hätte. Natürlich können wir das auch schneiden. Das heißt, wir können uns einen Ausschnitt jetzt suchen. Zum Beispiel hier nur den Kopf. Und dann können wir das kopieren. Dann haben wir es zweimal. Und natürlich löschen. Hier oben immer wieder rückgängig machen. Und dann hier noch das übliche, was ich vorhin schon gezeigt habe. Link, Transparenz, etc. Gut, nehmen wir das mal raus. Denn jetzt kommen wir noch zur Schrift. Und da haben wir auch ganz viele tolle Möglichkeiten. Das kennen wir aus dem Texteditor ganz normal. Wir können es markieren und hier natürlich auch reinschreiben, wie wir wollen. Und größer machen, kleiner machen. Ja, wie wir lustig sind. Wenn ich dieses Happy, da kann ich jetzt auch mal die Farbe ändern. Das mache ich hier jetzt mal so ein bisschen orange. So, und das Halloween. Ups, da, Halloween. Da machen wir eine andere Schriftart. Da klicke ich hier links rein. Und dann sehen wir hier schon, dass wir hier unheimlich viele Schriftarten haben. Und darunter richtig coole Schriftarten, die sogar man ein Grafikprogramm nicht hat. Und ja, da kann man sich mal so ein bisschen durchgucken. Vielleicht das hier, Emily's Candy. Lustiger Name. Oh, das passt natürlich optimal zu Happy Halloween. Also diese Schriftart ist prädestiniert für Halloween. Und wir können es auch größer machen hier über die Größen. Wir können auch manuell Zahlen eingeben. Wir können das Ganze in der Großschrift machen. Je nach Schriftart auch Fett und Kursiv. Wir können eine Liste erstellen. Wie soll das angezeigt werden? Wir können es kopieren. Auch transparent machen. Einen Link machen. So und so viel. Und ja, ihr merkt schon. Ihr könnt hier richtig tolle Sachen mitmachen. Das hier, den Hintergrund, können wir auch noch ein bisschen abändern. Nehmen wir mal blau. Ne, blau sieht du aus. Ach, wir bleiben mal bei dem schwarz. Hier können wir sogar noch diese einzelnen Geister bewegen. Ja, also das ist hier wirklich, diese Vorlagen sind sehr, sehr flexibel. Und damit kann man schon viele coole Sachen machen. Auch dieses Boom hier, das ist ja nur Text. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wenn ich jetzt beispielsweise eine Präsentation nehme, dann brauche ich ja mehrere Seiten. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich nehme mal hier diese 16 zu 9 Präsentation. Übrigens, wenn ihr Präsentationen abfilmen möchtet vom Computer, also zum Beispiel mit Camtasia oder ScreenFlow, dann nehmt bitte immer 16 zu 9. Weil das ist das übliche Videoformat. Und dann habt ihr auch da keine Balken oder so. Also 16 zu 9 fürs Abfilmen auf jeden Fall. Und auch hier haben wir wieder tolle Präsentationen in der Vorlage. Ja, auch viele kostenlos. Das hier beispielsweise ist kostenlos, diese Grafik. Das kann ich anpassen. Und dann brauche ich natürlich noch mehr Seiten. Wenn ich jetzt dieses gleiche Design haben möchte, auf der nächsten Seite der Präsentation, was ich dann hinterher natürlich als ganz normales PDF auch exportieren kann, dann klicke ich hier auf Duplizieren. Dann habe ich das nochmal hier oder entsprechend auf Löschen. Und wenn ich aber beispielsweise dann einen neuen Bereich haben möchte, weil das eignet sich natürlich nicht so unbedingt, um was zu präsentieren, sondern mehr so als Titelbild. Dann klicke ich hier auf Add New Page. Und dann bekomme ich hier wieder so eine weiße Fläche und kann mir dann hier bei den Präsentationen ja eine auswählen, was jetzt hier vielleicht ein bisschen besser zum Präsentieren reinpasst. Oder ich mache mir einfach selber eine. Ja, also ich nehme mir hier zum Beispiel jetzt so einen Background. Ja, der hier passt ganz gut. Dann nehme ich mir eine Überschrift, packe die hier rein, sag Überschrift. Ich nehme mir noch eine andere Schriftart. So, das ist die Überschrift jetzt davon. Dann nehme ich mir hier jetzt noch so eins. Das machen wir ein bisschen größer. Und das soll dann entsprechend linksbündig sein und eine Liste sein. Ja, und so kann man dann die Dinge schön präsentieren. Das habt ihr in meinen letzten beiden Videos ja auch gesehen. Da habe ich das gezeigt. Bei den Layouts hatte ich noch bei der Suche zum Beispiel hier so ein, was war das hier, so ein Shape genommen und das nochmal dahinter gepackt, damit das so ein bisschen abgegrenzter ist. Kann man zum Beispiel, was haben wir denn hier Schönes? Ja, man kann so viel machen. Da kann man sich stundenlang mit beschäftigen. Das solltet ihr natürlich nicht machen. Das kann ich zum Beispiel hier so reinnehmen da drauf und dann sage ich, dass es back soll, also in den Hintergrund sozusagen. Ja, und dann kann ich das so ein bisschen hier reinpacken. Dann nehme ich mir das gleiche nochmal. Ups. So, und dann... Ich kann mir das natürlich auch kopieren. Das mache ich dann jetzt aber mal gelb. Und da würde ich dann beispielsweise einen zweiten Bereich, wenn ich was vergleichen wollte oder so, da reinpacken. Also, da kann man schon viele schöne Dinge mitmachen. Und wenn ich dann die nächste Seite brauche, dann habe ich hier wieder direkt den Hintergrund und kann dann wieder da was reinschreiben. Ich kann mir natürlich hier noch so ein paar nette Elemente da reinpacken. Ja, also ihr merkt schon, ich habe Spaß daran. Machen wir noch so einen Kompass rein. Was wir hier natürlich nicht machen können, sind irgendwelche Animationen oder so. Das ist ein Grafikprogramm, aber es ist eben möglich, damit auch relativ zügig mal eben so eine PDF-Präsentation zu machen und die dann ein Video vorzutragen oder bei den Kollegen vorzutragen oder wie auch immer. Also, das jetzt ist da eigentlich so grundlegend Canva oder Canva. Wir können das, wie gesagt, teilen oder herunterladen. Das sind ja jetzt alles kostenlose Elemente. Wenn ich mir dann diese Präsentation, die würde ich mir dann als Standard herunterladen. Hier könnte ich dann nochmal so ein bisschen was einstellen, zum Beispiel welche Seite. und dann würde ich das PDF hier nehmen und dann lädt er mir das runter. Und hier steht das auch nochmal, wenn ich mir jetzt für einen Dollar da so ein Foto gekauft hätte oder so, dann ist das 24 Stunden in meinem Design sozusagen drinnen und ich kann das 24 Stunden lang bearbeiten und herunterladen. Und dann ist es eben nicht mehr gekauft. Ist, ja, wie ich schon gesagt habe, für die Tatsache, dass wir hier so viel kostenlos machen können, ist es auf jeden Fall okay. Und ihr habt jetzt gesehen, ich habe das hier jetzt gerade komplett kostenlos gemacht. Genauso wie diese Präsentationen, die ich in den letzten beiden Videos hatte. So, und wenn ihr jetzt noch tolle Fotos haben wollt, Bilder haben wollt, hier so für den Hintergrund oder so und dann keinen Dollar für bezahlen wollt oder auch nicht unbedingt zu Fotolia gehen wollt oder so, dann geht ihr zu pixabay.com. Aber da bekommt ihr richtig, richtig tolle Fotos, komplett kostenlos, ja. Natürlich sind das nicht alles so Fotos, wie man sie jetzt bei Fotolia bekommt und es gibt auch nicht zu jedem Thema was, ja. Aber wenn ich jetzt mal so ein Foto, keine Ahnung, hier von so einem Bock haben möchte, dann ist das vollkommen ausreichend, ja. Ich kann ja bei Canva beispielsweise auch noch einen coolen Filter drüberlegen. Also da hat man viele Möglichkeiten, hier auch beispielsweise Katzen. Also da gibt es schon tolle Fotos, die dann kostenlos sind. Und was im Gegensatz zu anderen Portalen, wo es kostenlose Bilder gibt, hier ist, die Verwendung ist komplett lizenzfrei. Das bedeutet, ihr müsst keinen Namen dazu schreiben, sondern ihr könnt das Bild kostenlos herunterladen und so nützen, wie, wann, wo ihr wollt. Und auch in den sozialen Medienteilen etc. Also das finde ich hier sehr gut. Das wird übrigens auch nochmal in den FAQs hier erklärt. Lest euch das gerne nochmal durch oder in den Nutzungsbedingungen. Das ist wirklich 100% safe, ja. Das ist noch mein kleiner Tipp. Pixabay.com schreibe ich euch unten in die Videobeschreibung ganz klar. Genauso wie Canva, wie gesagt, komplett kostenlos. Und ihr seht hier in meinem Stream ja jetzt auch beispielsweise meine erstellten Designs. Und da ist es von dem letzten Video, das YouTube Thumbnail oder auch die Präsentation hier und das Foto, was ich auf Facebook gepostet hatte. Das habe ich alles hier mit Canva gemacht und auch keine Elemente gekauft oder so, sondern alles komplett kostenlos erstellt. Und aus diesem Grund, ja, guckt es euch auf jeden Fall an, wenn ihr Spaß daran habt, eure Grafiken selber zu erstellen, wenn ihr euch da so ein bisschen, ja, das Ganze individuell gestalten möchtet, ob es jetzt euer Blog-Header ist oder ein Facebook-Foto oder ähnliches. Also hier könnt ihr wirklich kreativ mit werden und das komplett kostenlos online. Das heißt, ihr braucht es nicht mehr zu installieren. Könnt über jeden Computer da reingehen über den Browser. Und ja, also ich kann es nur empfehlen. Und von daher guckt es euch auf jeden Fall mal an. Okay, wenn ihr Fragen dazu habt, wie immer, ab damit in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt und, ja, weitere Videos nicht verpassen wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne kostenlos hier tun. Ich freue mich über jeden einzelnen Abonnenten, dem ich mit meinen Videos wirklich weiterhelfen kann. Und ich würde sagen, das war es von mir. Ich wünsche euch noch eine tolle Restwoche. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure Jess. Eure Jess. Eure Jess.